Hallo und herzlich Willkommen zu nerde und entwicklung von World of Thanks ruft zu Mars Wir kämpfen heute gegen wieder ganz interessante Namen wir haben den Ausm Klan Dann haben wir Romko, Pekondi, Marmara86 Serge the Pawel, Rocket 21-20 und keine Ahnung noch irgendwas anderes An den 2016 iron da gut da f.i. nicht der färdigt Da gradients der jetzt ganz oben ist oder einen kleinen rammpunkt oder schuss gesetzt keine ahnung was er hier das gemacht Er wird in der fünf post schnell gekriegt Ich wollte eigentlich den typen reinschmeißen Ja und ich wird einmal angestopst das habe ich so verdient eigentlich weil ich absnacken wollte Und wir kämpfen auch noch gegen bmw 550m achso Ey wow wir haben einen starken schuss gesetzt Dafür sind unsere schubser wieder nichts wert gerade Mein gott dieser kack stein hier der ist immer wie ich Lass uns fliegen mein freund soll jetzt nicht mit reingekommen Dann gehen wir mal runter putz Der macht es nach er hat gerade sich hier geschützt So ein bisschen rammschaden sammeln, weil jetzt müssen wir eigentlich ein paar Leute hier reinfliegen Geil ich berühre dich quasi gar nicht, perfekt Ui 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 get saved, Junge. Bonk. Und es reicht. Easy. Ja, Schmutz. Na ja. Der eine hat 450 Punkte. Uuuuuhhh. Mein Gott. Bitte bringt mich nicht wieder um, Mann. Ja, nicht mal einsatzweise. Wieso rätest du den? Och Mann, Junge. Das war ja so... Oooooohhh. Und dann verrückst du auch noch. Bist du ein Arsch, Mann. Oooooohhh. Da hilft er dem auch noch. Aber warum? So unnötig. Ja, das reicht. Ciao. Wihili bini bini. Okay, keiner will das Objekt haben. Hallo. Reicht jetzt auch. Oh, ist grad eh kennengelernt. Das ist praktisch. Oh, ist grad sehr praktisch. Bleib bitte weg. Du musst eh nachladen gerade. Das passt. Oh, nein. Ich hab alles auf so eine Karte. Aber egal. Ich war der einzige... Das klingt mich. Also, ich verstehe diesen Modus manchmal nicht. Ich weiß nicht, wo du treffen musst. Aber manchmal, du triffst den Gegner, der rutscht drei Meter. Manchmal, du triffst den und du kannst einfach das nicht irgendwie verhindern. Und du fliegst über die halbe Merk... Aaaaah. Was für ein Kackmodus, ey. Siehst du das? Ah, wegen ist er gestorben. Ich wollte mich grad schwer sagen. Siehst du, das juckt ihn nicht mal. Jo, genau. Ja, war klar. Weißt du, da rollst du wieder zehnmal über den Kopf. Äh, 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 tot. Ciao, wihili bini bini. Na, hab ich ihn jetzt wahrscheinlich auch gerettet, ne? War aber ich dumm, Mann. Hö, hö. Aber leider kriegt der, der geschossen hat, ne? Ja, frech. Siehste, bringt aber gar nicht den Kackschuss, Mann. Aber hätte er mich angeschossen? Ja, weißt du was? Wenn wir hier schon so eine Spielpause machen... Könnte ich mir auch. Mann, ey. Jetzt halt auch viel rumzuschubsen. Hat ja gar keiner Bock drauf. Jetzt haben die beide so'n Kackmoduschild. Uiuiui. Und ich fliege, fliege, fliege in meinen Tod. Mir wieder auf den Kopf. Lol. Lol. Yo, geil. Ich hab das Ding verpackt. Ja, ich komm nicht mehr raus. Kann ich hier rausschießen? Ne. Kann ich wenigstens sterben? Perfekt. Geil. Es gibt tatsächlich... Ich bin mir wichtig, jetzt sich da reinzubacken. Na, die Eliminierung. Perfekt. Ey, deshalb haben wir es jetzt auch nicht gehabt, dass ich das hier hinkriege, das zu verbacken. Also, man kommt hier auch nicht raus, ne? Weil es eine feste Textur ist. Da gibt's ja die Kollision. Ah, schade. Ich hab die Eliminierung als Impulstreffer. Aber ich komm nicht so weit. Ja, wie dumm ist das denn jetzt? Daher können wir jetzt zugucken. Weil ich kann mich nicht töten und ich komm nicht raus. Das ist ja stark. Na ja. Ja, geil. Da kommt man wenigstens beim Bug zeigen. Das ist aber was Schönes du hast. Jetzt ist die Karte schon so winzig und du kriegst trotzdem hin, einen Clippingfehler reinzukriegen. Ah, ich mein, gut, da ist natürlich die Nova für schuld. Aber... Ist ein Clippingfehler. Schade. Äh, ja. Ach, das war so schön. Gut, dann ab in die nächste. Stacho-Ho-Ho-Pel. Endless... Warte mal. Endless Spain? Was hat mit Spanien damit zu tun? Ich meine, du willst wahrscheinlich sagen... Ach so, ich bin dumme Pain. Aber hey, warte mal Endless... Ach, ich bin so dumm, Junge. Ich denk mir so, dass du das Spanien. Warum denn jetzt unendlich Spanien? Was ist das für ein komischer Name? Aber Pain, naja. Ach komm. Hab ich nie vorgelesen, okay. Geil, das ist meine Eliminierung. Das ist freundlich. Lol. Donk. Hä? Wieso ist denn der jetzt so geflogen? Was passiert sonst mit mir eigentlich? Warum? Ich bring mich jetzt nur fast selber um. Hä, wieso hat der jetzt so einen Abgang gemacht? Ich sag ja, das ist so random manchmal. What the fuck? Ja, gut abgeschätzt. Lol. Hä? Was war das jetzt für ein Movement? Ich dachte mir, okay, ich krieg dich nur beim Boost Richtung Points und Scannen da. Und dann krieg ich plötzlich so einen Linkstrall und werd dann ins Wasser geworfen. Was war das jetzt für ein komisches Ding? Wurde ich beschossen oder so? Hä? Hä? Oh, zwei Impulstreffer. Nice. Ah geil. Haben wir genau dem Punkt nicht mitgekommen. Das ist schon wieder sehr fair. Kill gesnackt. Oh. Ach. Nein, lass mich hier raus, bitte. Geh doch weg, Mann. Ich will keiner hier haben. Piss dich. Oh. Er ist tot. Okay, ciao. Na ja, reicht. Oh. Alter. Die Jungen, die man hier gar nicht erfahren. Oh, tschüss, Ben. Oh, ciao. Nein. Wie man sich einfach null bewegen kann, ne? Lol, das gilt als kill, weil er mich berührt hat. Ist das denn? So, meine Herrschaften, bitte mal alle wegfliegen. Oh, ist denn durch drei Inliminierung gewesen jetzt, ne? Nein. Oh. Egal. Alles, was ich haben wollte. Leute, der steht einfach dumm da rum. Oh, da konnte sich's helfen. Mr. Spanien. Hui. Ja, dumm, ne? Wenn man auf dem Dach liegt, ist das einfach schade. Oh, mein Kill, weil ich ihn gesnackt hab. Ciao, Teeze. Als ob das gerade so nicht gereicht hat. Reicht. Dark Radiance. Ist weg. Bunk. Hui. Hui. Huiuiui, der hab ich mich fast wieder selber gekillt. Komm, dafür stirbst du. Für den Versuch, du, das geht ja gar nicht hier. Okay, pass auf. Hier geht's jetzt wieder an Rampunkte, weil ganz viele hier drin sind. Ja. Oh, wunderschön. Oh, und wir liegen sogar safe. Nein, er hat Schosschild. Noll, noch eins. Oh, interessant. Oh, wir haben ja beiden so viel gehabt. Nein. Oh. Nicht auf den Kopf, bitte. Oh, Gott sei Dank. Nein, ich wollte ihn auf den Boden schießen, aber ich war nicht so... Dingst. Der Ben ist gerade aber auch sehr weit weggeschossen worden, so. Ich muss schon fast ein bisschen leid, der Junge. So. Früh die Punkte mitholen, den schon mal rausschubsen. Ah, hat nicht ganz gereicht. Ist egal. Wir konnten viel verdrucken, die wir sammeln, dass sich das gelohnt hat. Ich würde jetzt immer mal frech behaupten, dass wir da ziemlich safe Erster sind. Außer, einer ist richtig heftig am Abgehen. Oh mein Gott. Und genau die Rampunkte kriege ich nicht. Na, ich treffe nicht mal einen. Egal. Dann scannen wir. Das ist fein. Bum, Junge. Einfach rein. Ah, egal. Wir sind safe Erster, glaube ich. Wir haben so viele Kills gesetzt diese Runde. Das war richtig gut eigentlich. Ciao. Blub, 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 blub. Ja, easy. Schön. So. 1368. Ja. 15 Kills. Oh. Schön. Joa, dann würde ich sagen, ne. Haben wir jetzt ja schön zwei Runden gemacht. War gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.